So, perfekt und ich glaube, ja, hier sind wir wieder am richtigen Spot. Ich war hier gerade schon vor zwei Stunden, jetzt gerade nochmal schön unterwegs gewesen, einkaufen, Algen, Kaffee gegönnt und jetzt geht es direkt wieder hier hin und schön die Brocken rausziehen. Ah, so muss das sein. Also, legen wir los. Die Uhrzeit ist genau richtig. Ich zeige euch nochmal eben, wo ich gerade eben vor über zwei Stunden schon richtig geil rausgezogen habe. Mehrere Trophies, wichtige Fische, auch wichtig für die Qualifikation und zwar die Qualifikation im Stippfischen auch endlich absolviert. Und ja, da gehen wir jetzt mal im Detail drauf ein. Also, von der Position her, man erkennt es vielleicht sogar schon hier am Windenbach, hier oben in diesem Bereich. Und zwar befischen wir hier so diese Kanten, also relativ nah, relativ ufernah. Natürlich mit leichtem Gerät. Und das bedeutet nicht leichtes Gerät von der Route an sich, sondern leichtes Gerät von den Haken und natürlich auch ganz wichtig von der Schanur. Die Schanüre ist halt auch mega entscheidend, um erfolgreich am Windenbach zu sein oder noch erfolgreicher. Denn wenn man im Anfangslevel-Bereich ist, hat man wahrscheinlich nicht die Kohle dafür, das Ding sich zu gönnen. So eine Rolle liegt bei ungefähr 100 Silber. Aber die Kohle holt man ratzfatz wieder rein. Also, heißt, erstmal starten. Man gönnt sich das Fieder-Starter-Set. Kostet 149 Silber. Dann angelt man damit weiter. Gönnt sich erstmal einen riesen Batzen Mistwürmer. Denn auch wenn man sich mal 600 Mistwürmer kauft oder sowas, ist das nicht rausgeschmissenes Geld. Wenn man die durchgeballert hat, macht man aus den 600 Mistwürmer, keine Ahnung, 2000 Silber. Richtig lohnenswert. Dann gönnt man sich mit den ersten verkauften Keschern diese geile Micro-Braid. Farbe ist egal. Micro-Braid, wichtig ist, Durchmesser 0,04 Millimeter, 2,8 Kilo Tragfähigkeit. Sie ist nur 100 Meter lang. Meine hat schon ein bisschen einen Abriss, ich glaube ich habe einen Vorfach gemacht. Aber ich glaube die andere ist schon mal abgerissen. Aber nichtsdestotrotz, das reicht fürs Angeln hier und an den meisten Gewässern. Denn wenn man dann einen kleinen 18er Haken drauf ballert mit dem Mistwurm, dann lüppt der Lachs. So ist das Ganze hier gerade zusammengebaut. Benutzen und ich werfe aus. Ich habe jetzt keinen Clip. Ich werfe einfach so aus dem Handgelenk hier vorne hin. Keine Ahnung, wenn ihr klippen wollt, das sind ungefähr 6 Meter oder sowas. Was jetzt natürlich wichtig ist, damit nichts abreißt, je nachdem was ihr für eine Rolle drauf habt, die Bremse runter. Bei meiner Rolle ist es so, ich muss es runter machen auf eine 7 ungefähr. Das ist, glaube ich, so knapp das Höchste der Gefühle, was die Schnur dann aushält. Das kann aber bei deiner Rolle auch mal eine 15 sein oder sowas. Je nach Qualität der Rolle oder nach Bremskraft. Lieber zu weit runter und dann hochziehen als zu weit oben und es kommt dann ein fetter Döbel rein und der reißt hier zack instant die Schnur kaputt. So, dann nächster Punkt. Zwei Routen sind draußen. Dann wollte ich natürlich hier auch Stipp-Rekorde weitermachen. Mir würde jetzt zum Beispiel noch eine Güster fehlen. Eine königliche, gar königliche Güster auf Ultralight-Stippe. Dementsprechend werfe ich einfach mein Setup nochmal genauso eigentlich aus wie hier. Also sind die Grundrouten, die sind alle mit Micro-Braid und 18er-Haken mit Mistwurm. Und die Stippe, die ist mit einer Mono-Schnur, ist auch für die Qualifikation so vorgegeben. Allerdings auch die geilste Mono, in dem Fall 0,08 mm dick, dünner geht nicht. Invisible heißt die ganze Serie, immer wieder gerne auch zu verwenden, um Vorfächer zu basteln. Warum Mono? Mono halt super wichtig, Mono dehnt sich. Man hat so einen Gummi-Effekt. Dazu hat man natürlich noch diese lange Stippe. Hier in dem Fall 7 Meter lang das Gerät. Auch da hat man eine Dehnung. Und damit war es mir tatsächlich jetzt die Tage auch möglich, auf 1,5 Kilo Vorfach einen 1,6 Kilo schweren Döbel zu fangen. Ich bin komplett eskaliert. Ist mir noch nie passiert sowas. Aber es war natürlich im Grenzbereich hier unten von der Action Bar hart am Limit, immer rot. Aber ich konnte ihn mit hochgehaltener Stippe langsam halt ranholen, Kescher drunter, gefangen. Völlig wild. Was ich jetzt hier gemacht habe, um auch eigentlich auf Grund zu angeln mit der Stippe. Ich habe Schnur lang gelassen sozusagen. Also den Köder präsentiere ich hier gerade auf 1,50. Ich habe das die Tage auch schon gemacht, so im Bereich von 2 Meter. Weil hier auf 1,50 kommt er so langsam. Dann doch hier ist ein bisschen tiefer in dem Bereich. Hier vorne ist es ein bisschen flacher. Das heißt, wenn man jetzt auswirft, landet man hier vorne. Genau, hier müsste glaube ich schon der tiefere Bereich sein. Und wenn man dann auf ungefähr 2 Meter geht, dann schleift der Köder über den Grund. Die Pose kippt um. Und wenn dann einer kommt und dann rumnübbelt, springt die Pose wieder auf. Und man sieht, da ist was dran. Vielleicht haut dann die Pose sogar ab. Und dann kann man anschlagen. Das heißt, eigentlich eine Art Grundangeln mit der Stippe funktioniert auch echt gut. Vorteil jetzt natürlich von dieser Stippe. Das Ding ist 7 Meter lang. Ich kann das jetzt auch einfach hier so stehen lassen. Und einfach auf 1,50 Meter Tiefe ist das jetzt quasi... Guck mal, da zuppelt es auch schon los. Ist das Ding jetzt da präsentiert? Jetzt müssen wir mal eben gucken. Man sieht das gerade relativ schlecht. Aber so und mit diesem Gerät hatte ich hier gerade die Gründlingstrophy gefangen. So, so langsam geht es hier auch los, oder? Ja. Es hat die Tage ein bisschen... Also, was heißt die Tage? Es hat vorhin ein bisschen gedauert, bis dann hier wirklich die Brocken anfingen reinzugehen. Aber wir können mal eben kurz reinkommen. Also, ich habe viel getestet. Ich habe auch einen Spot weiter vorne schon getestet. Und dann sind dann zwischendurch auch hier, aber auch an dieser Stelle hier auch ein paar Quappen reingegangen. Zopen sind reingegangen. Da will ich auch nochmal ein bisschen probieren. Mehrere Zopen. Das wäre natürlich auch richtig geil. Es ist der Don hier reingegangen. Dreimal Don in der einen Nacht. Das ist ja alles halt aus einer Nacht. Kaulbarsch als Trophy. Und Gründling als Trophy. Also, mega geil. Gründling ging tatsächlich auf die Stippe. Mistwurm auf OL Stippe. Mega geil. Und das hat endlich dazu geführt, dass ich dann hier bei den Stippaufträgen... Fangen Sie eine Trophäe, die nicht größer als 150 Gramm ist. Zack. Absolviert. Hier ist es. 109 Gramm. Genau. Richtig geil. Laufposenmontage. Und da haben wir es. Absolviert. Ja, jetzt würde eben noch die Güster fehlen. Da ist es. Fangen Sie eine Trophäe mit mindestens 500 Gramm Ultraleitausrüstung und einer Schnur nicht stärker als 1,5 Kilo. Das ist hier der Knackpunkt. Und deswegen stehe ich eben auch hier zum einen mit den Grundrouten. Und ich denke, jetzt so langsam haben wir 18 Uhr. Es geht so langsam in den Abend rein. Es wurde richtig wild in den Morgenstunden. Da ging deutlich mehr nochmal. Und ich würde auch... Also ich sage es ja, wie es ist. Ich würde auch den Don Kaulbarsch als Trophy nehmen. Auf der Stippe. Auf der UL Stippe. Würde ich machen. Wäre ich jetzt wirklich nicht fies vor, fände ich auch irgendwie fair nach den ganzen Jahren des Rumgeangels und Rumgegründels hier. Auf den Don Kaulbarsch wäre das doch mal eine gute Alternative, oder? Schön entspannt den Don auf Stippe. So, ich würde sagen, jetzt warten wir nochmal ein bisschen ab. Ich lasse das hier erstmal ein bisschen rumliegen. Und gleich in den Abendstunden ballert es dann bestimmt auch übelst rein hier. So, so muss das doch sein. Zack. Und es zuppelt langsam los hier. Es geht los, so muss das. Und Kaulbarsche ballern rein. Apropos Kaulbarsche. Ich hatte gerade, das sieht man natürlich jetzt in dem Kescher gar nicht. Ich hatte natürlich gerade noch jede Menge Kaulbarsche dabei in dem aktuellen Kescher. Oder den von vor zwei Stunden. Ähm, die habe ich natürlich schon alle verarbeitet zu Fischküdern, zu Kaulbarschlebendküdern, um weiter zu skillen. Und die fehlen natürlich jetzt gerade. Ne, ne. Kamu hat sich hier schön ins Video reingemogelt. Hast du gut gemacht, Alten. Dankeschön. Ähm. Irgendwas zuppelt hier. Ich habe jetzt hier gerade nochmal die Tiefe ein bisschen geändert. Also ich bin jetzt hier nochmal auf 1,70 Meter. Nicht ganz so weit raus. Vielleicht so ein bisschen näher hier ran. Und ich glaube, ich bin auch mit den Grundrouten, wenn man hier so steht, so grob so in diesen Schattenbereich, habe ich geworfen immer. Ja, das sind so, sagen wir mal, ungefähr 8 Meter, würde ich sagen. So, und jetzt so langsam, haben wir 20 Uhr, so langsam können hier, ähm, die Dons auch mal reinrasseln. Guck mal, da zuppelt es auch schon wieder wild los. Ähm, ist natürlich auch immer tricky. Es können natürlich auch mal dickere Brocken hier reingehen. Aber auch die kriegt man ja in der Regel hier gut gedrillt und wieder rausgezogen. Da muss man sich gar nicht so einen Stress machen. Der, äh, Windenbach ist da ja immer ganz gnädig. Man kann ja immer gut mitlaufen. Genau, so von der Auswurfweite und so passt das hier doch alles im Ganzen ganz gut. Perfekt. Güster, ja, Güster nehme ich auch gerne. Ich würde, also nach dem Video, sagen wir es mal so, schmeiße ich hier gleich nochmal Güstermische rein. Ähm, ich habe jetzt gerade keine Lust, den Spot hier irgendwie zu beeinflussen in eine Richtung. Ich nehme gerade gerne alles mit. Ähm, Vorteil von Mischen, man hat die Chance, einen Spot in eine Richtung zu lenken. Nachteil, man verscheucht gegebenenfalls andere Fische. Und das will ich halt nicht. Ich nehme hier gerade im Moment gerne einfach alles mit. Ähm, lohnt sich ja auch immer. Denn speziell hier am Windenbach ist eben, da sind die Kaffeeaufträge auch immer sensationell. Das heißt, einfach alles mitnehmen, Kescher so einigermaßen voll machen, gucken, welche Kaffeeaufträge kann man schon absolvieren. Macht halt immer Sinn hier. So, rein kohletechnisch hat es sich schon gelohnt mit den ganzen, äh, Brocken, die hier reingegangen sind. Es waren auch ein paar größere Güster dabei. Also gerade auch die Kaulbarsche, das lohnt sich natürlich übelst hier. Und, äh, ja, mein persönliches Ziel halt hier jetzt noch weiter die, ähm, die Brocken rauszuziehen für die Qualifikation. Das ist halt jetzt für mich das A und O. Ähm, das große Silberverdienen ist gerade nicht so wichtig. Und nebenbei wäre halt noch richtig nice, wenn man hier schön noch den Donnen fangen kann. Das wäre natürlich mega gut. Nase genau war da vorhin auch noch. Hatte ich auch schon eine mit ungefähr 500 Gramm. Tja, aber so ungefähr lübt das. Und, äh, wie gesagt, im Großen und Ganzen ein echt ergiebiger Spot. Ich hab, äh, bin hier die ganze, bin hier die ganze, Seite rauf und runter gegangen, überall ein bisschen getestet. Es lief an vielen Stellen einfach nicht gut. Es lief einfach wirklich nicht gut. Und jetzt, wie gesagt, hier mit der Stippe, ähm, war das schon ziemlich geil. Und, ähm, ja gut, jetzt wo es gerade erst dunkel wird, es dauert, es braucht es halt, ne. Ja, circa eine, eine halbe Stunde noch. Die ganze Nacht noch durch, 20 Minuten ungefähr. Ähm, und dann lübt das jetzt auch gleich in den Morgenstunden nochmal richtig. Ich würde sagen, zieht raus die Brocken. Petri, ihr Lümmels. Gönnt euch einen Don. Gönnt euch einen Kaulbarsch. Gönnt euch einen Gründling. Einfach hier 18er Haken und Mistwurm. Oder, oh, 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 oh. Oder die fette Güster. Ist es die fette Güster? Es war ein Hebebiss. Ei, 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 ei. Mach keinen Scheiß mit mir. Oh, ne, da ist die Güster. Und da ist die Güster. Ja, ist es denn wahr? Ja, ist es denn wahr? Hier ist der Rang 3. Bäm. Alter, du kannst es dir nicht ausdenken. Beide Stippqualifikation an genau diesem Spot absolviert. Uff, Alden. Ich lach mich ja platt. Ist das der Hammer? Ist das der Hammer? Kannst du dir nicht ausdenken? Affengeil, Affengeil. Und ich sag noch, Alter, man muss einfach mal hier mit der Stippe ran. Jetzt fehlt nur noch der Don Kaulbarsch. Und dann als Trophy hier an dem Spot. Mehr Trophy an einem Spot geht dann nicht mehr. Dann ist hier alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. Alter Falter. Und es fängt hier langsam an und es zuppelt los. Also. Ich muss hier weitermachen. Und ab geht es. Kaulbarsch geht bestimmt auch noch rein. Ihr Lümmelz. Haut rein. Gibt Gas. Zieht raus die Brocken. Wenn das Ganze geholfen hat, gerne den Daumen da lassen. Fürs Video. Kanal abonnieren. Wenn nicht schon geschehen. Es folgen natürlich noch jede Menge weitere Videos. Und es sind auch schon viele, viele Videos und Tutorials auf dem Kanal. Unterm Video gibt es auch den Link zum Discord. Zieht raus. Wir sehen uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags ab 19 Uhr. Petri. Subtitel der Audio Bis zum nächsten Mal.